Ich würd' sagen, ich bleib' gleich hinten. Jawohl. Ich hab' ihn, okay, er will fahren. Beziehungsweise, er will ihn rammen. Das war'n toller... Alter, woll' ich mich alle machen, oder was? Ich bin zu weit hinten gewesen. Komm, also bitte. Der ist dick ein bisschen zu weit. Gedrückt. Der kommt Mitte. Einmal übers Tor rüber. Der kommt Mitte, sagt er. Und zieht das Ding übers ganze Tor rüber. Da, 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 da. Jetzt, jetzt, jetzt. Der war am Weg, der Penner. Oh nein, warum machst du das? Warst du das? Nee. Ich doch nicht. Natürlich warst du das, du dumme Sau. Gleichfalls. Er sagt, er verteidigt, na gut. Da, jetzt. Jetzt kann er, oh Gott. Oh Mann. Oh. Der kommt Scheiße. Pfff. Boah. Aber wie das aussah, damit hätte ich es nicht gerechnet. Na ja, aber sagen wir mal so, wäre der Ball in Richtung Tor gegangen, hätte ich ihn erwischt. Der ist an den Pfosten geknallt. Der ist an den Pfosten geknallt. Und ich hab ihn fast berührt. Der war ein Eigentor. Das war grad geil, mach fast ein Eigentor. Hey, der war super gut gehalten. What? Was ist denn das jetzt? Na. Tor, halte ich vormachen. Ne, er macht das rein. Was für eine Parade genau. Hier dämmert vorbei. Das ist lustig. Oh, ich bleib hinten. Ja. Gummig, dabei geht immer in unsere Richtung. Na, der weiß auch nicht, was der macht. Was macht der? Jetzt haut er ihn gegen die Wand. Jetzt, los. Was? Er haut ihn selber weg. Wollt ihr mich komplett fertig machen? Der hat mir grad den Ball vor der Nase gehauen. Und einfach so. Ja, Schulz, du Sau. So frimme Beine, nur. Würde ich gestern einen Twitch-Stream sehen müssen. Von einem, der Blobbräu gestreamt hat. Der kann das halt nicht so gut. Boah, aus dem fliegt wieder quer übers ganze Tor. Ja. Der kann das halt nicht so gut und hat ein paar Intos gehabt, gell. Ha? Du, der ist so ausgetickt. Das war so lustig. Du konntest ihm die ganze Nacht zuschauen. Ooooooh. Und dann hat er noch böse Onkels und sowas vor laut im Hintergrund gehört. Ja, was dich voller Kopie macht. Ja, toll. Goalie! Genau über mich rüber. Genau über mich rüber. Ging nicht anders. Unter die Lade. Da. Guckst's dir an. Da. Genau über mich rüber. Du hast halt die Straf, wenn man rauskommt, ja. Wieso? Ich war in meinem Strafraum. Ich bitte dich. Nicht mehr. Boah! Was macht denn der? Er verteidigt dich doch. In die falsche Richtung. Der Ball fliegt. Ah. Ich mein, ich halt hier Bälle ohne Ende und dann muss ich mir auch noch Beschwerden von dem anhören. Den Klopp, ich spinne, ey. Dann soll er mal mehr Tore machen. Da. Ja. Was war das? Der fliegt vorbei, das ist doch, ey. Hoppala. So, besser. Geh doch weg. Aha. Verteidige doch. Hol den scheiß Ball, du Idiot. Ich hab doch too much. Falsch. Ne, ich bin Torwart. Ja eben, aber er hat doch gesagt, er verteidigt. Naja. Mir auch scheißegal. Da, kriegt ihn einer von euch? Nö. Geil. Doch, hat er so. Oh Gott. Alter, was wird das? Press Ball in die Mitte, in den eigenen Strafraum. Und der eigene hält mich davon ab, den Ball weggeräumt. Was macht der? Ich weiß nicht, was jeder macht. Ja, ja. Leute, seid ihr besoffen oder was? Der hat mich weggehauen, der Penner. Der Heckenpenner, ey. Jetzt hat er jetzt aber wirklich, ey. Ich hab's gesehen, ja, ja. Weggeräumt. Alter, ich hasse euch beide. Jo, genau. Leg dich doch noch schön vor, du Idiot. Gut, dass die nicht treffen, ey. Ja, ey. Das ist der einzige Vorteil, ja. Ja. Da kommt ein Mittel. Mhm, genau. Meinst du zu mir? Der Kamer. Ja, der hat eh nichts dafür, hier. Wamm. Wenn er abbremst. Mann, rappt mich doch nicht weg, Mann. Ich bin Torwart, du Idiot. Ich war das nicht. Ja, ich hab auch den Gegner gemeint. Ich wollte es euch hören. Ich bin kaputt. Ich hab mich nicht weggefahren. Ich hab ihn nicht weggefahren. Da, oh, da. Oh, oh. Der hat den Flammer weggefahren. Hast du gerade gesehen? Der hat mir den Ball immer vor der Nase weggehauen. In die falsche Richtung Wenn der Tick-Tack dann noch wie so ein Scheiße Oh, die springe vorbei Guck mal, der rettet dann mit dem Rückwärtspannung Oh, ich habe jetzt den Typen weggerammt Da Da, jetzt hau das Ding Na, Scheiße Oh, hätte klappen können Ja, ich hätte versucht auszutragen Nicht schlecht, nicht schlecht Jetzt fahr doch, fahr doch, du Hampel Oh, was will der denn hier Edge Weißt du, jetzt stelle ich mich schon ins Tor Und dann kommt diese Hampel hier ständig zurückgeeiert Ja, und gar nicht Wie weg, das ist mein Saft Ach, sorry, jetzt habe ich gebrannt Oh Gott Ja, der kommt Mitte Der kommt wirklich Mitte Ja, aber der andere ist auch früher da Der ist irgendwie nicht da Ja, der war ein Tor Wo warst du? Boah Was denn? Ich bin noch immer da, alles gut Ja, ja Ich sehe noch, wie das Ding abfälscht Und dann ich vorbeispringe Und Tor Jetzt Komm schon Ich habe keinen Boost mehr gehabt Komm schon, er springt vorbei Er ist vorbei gesprungen Er ist vorbei gesprungen Ja, ich weiß, es war keiner da Ja, ich weiß, es war keiner da und er ist vorbeigesprungen Ja, er war volle Kanne Und da springt er schon wieder vorbei Oh, und du auch Geil Warum sage ich das überhaupt noch, ey Ich hauen ja weg In ihn oder den Ball? Beides Aua Schon wieder Oh, er springt wieder vorbei Ja, er, er Ich weiß nicht, was er macht Er zur Tipp Attacke Yo Der kommt aber nicht gut genug Was machen denn die? Die hauen sich den Gegenseitig weg Ja, genau Was war denn das? Was macht denn der Ender eigentlich? Der holt sich eher Boost, als zu helfen Boah, Alter, du blöde Sau, ey Der hätte ihn voll in mein Tor abgefälscht Ja Ich dachte, ich gucke nicht richtig, ey Ich dachte, oh nein, bitte Ich muss ihn als Erster erwischen Ja Jetzt, 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 Tim Jetzt, Tim Eigene Vorlage, Glanztor, Vorlage, ja Der andere, der wäre auch wieder vorbeigesprungen Ja, der springt wieder vorbei Ich kann dann noch vorbeispringen Oh, das hat viele Punkte gemacht Plus 12, ja Plus 12, ich hab plus 13 gekriegt Ja, es kommt immer drauf an, wie Garnabohr aufs rankommt